Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal World Control RC. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Im letzten Video zu dieser Reihe der Autofriedhof im Maßstab 1 zu 18 haben wir eine kleine Bestandsaufnahme gemacht. Das heißt, ich habe dir gezeigt, in welchem Zustand die Autos derzeit sind. Du hast gesehen, die Autos sind stark bespielt und stark beschädigt und in diesem Video geht es darum, diese Autos für meinen selbst erstellten Rost vorzubereiten. Dazu werde ich die einzelnen Modelle anschleifen und auch hier mit so einem Schleifgerät an manchen Stellen nochmal so ein bisschen stärker anschleifen, das Ganze, damit ich später weiß, wo muss ich den meisten Rost auftragen, wo sieht es vielleicht besonders realistisch aus. Ich werde nun also hier diese 17 Autos alle einzeln anschleifen und dir dann jetzt gleich einmal das Ergebnis präsentieren. Wenn du das vorherige Video verpasst hast, dann schau dir dieses Video bis zum Ende an, denn dort findest du eine Verlinkung zu dem ersten Teil hier, zu dem kleinen Autofriedhof. Wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere gleich hier in der Mitte meinen Kanal, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, natürlich auch gerne einen Daumen nach unten, aber dann sei so fair und schreibe bitte eben rein, was dir nicht gefallen hat. Liebhaber von diesen schönen eigentlich Vitrinen Autos hier müssen jetzt sehr stark sein, denn jetzt folgen die kompletten Bilder der angeschliffenen Modelle. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Dein WorldController war. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020